Hallo, ich bin Johannes Giel und ich studiere aktuell an der Technischen Universität Berlin Wirtschaftsingenieurwesen mit der Studienrichtung Energie und Ressourcen. Zuletzt habe ich meine Masterarbeit erfolgreich abgeschlossen. Diese beinhaltet eine Klassifikation von Geschäftsmodellen der Energiewirtschaft vor dem Hintergrund der Energiewende und den Auswirkungen von Digitalisierung, Dezentralisierung und Dekarbonisierung des Energiesystems. Das Schöne am BDW-Kongress ist für mich, dass ich einen einfachen Überblick über die gesamte Bandbreite der Branche erhalte und mich in Diskussionen, aber auch Fachbeiträgen dazu austauschen kann, wie sich die eben genannten Trends auf die Energiewirtschaft auswirken. Das Schöne an der BDW-Nachwuchsinitiative ist für mich die Möglichkeit, auf einfache Weise mit den aktuellen, aber auch mit den zukünftigen Entscheidern der Energiewirtschaft in Kontakt zu treten und so ein Netzwerk aufzubauen und auf einfache Art und Weise mit den Unternehmen der Branche direkt in Kontakt treten zu können. Ich freue mich schon auf den Besuch des BDW-Kongress in diesem Jahr.